Waschbecken 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 Kann ich uns dafür Das ist doch seltsam Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen Ich Sie auch aber Das ist ja grob Sie selber sehen Sie aber nicht? Doch Aber ich sehe mich da nicht Wohl zu viel Radblatt gesehen Sehen Sie mal da hin? Ich gucke mal da hin Ich sehe Sie aber mich nicht Und jetzt sehen nur Sie und ich nicht Also ich kann Sie sehen Ja, ich sehe auch Ich möchte jetzt wissen, was das ist Ich sehe hier auch das Achso, die haben das nicht gesehen Die ist nur von Frau Lanne Das ist Stehen Sie mal da hinten Nein, ich sehe ich nicht Wissen Sie Ja, was ist das denn? Ja, was ist das denn? Was ist das denn für ein Wunsch der Scheibe? Ja, tatsächlich Sie müssen sich sehen Wenn Sie das nicht haben Ich bin jetzt Das ist ja auch nicht Was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Danke Danke Haben Sie ein Problem? Was ist denn das mit dem Spiel? Also ich kann Sie sehen Ich möchte mich nicht Das kann ich auch nicht dafür Das ist ja eigenartig Das ist ja eigenartig Nein 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 Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Geben vier, kurz nach vieren. Danke. Spiele nicht verarschen. Haben Sie ein Problem? Ich sehe mich hier spielen. Kann ich auch, wenn ich es war früher. Erzähl mich, du hast. Tolle Anmache, wirklich. Erzähl mich, du hast. Entschuldigung, sehen Sie mich im Spiel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach. Das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Ich bin nicht. Das ist doch doch ein Problem. Was ist das für ein Spiel? Die kann man sehen und die kann man nicht sehen. Die kann ich mich noch bei Ihnen darin stellen. Das ist ja merkwürdig, ne? Das ist ja okay. Sie sieht man und ich sieht man nicht. Nein. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Ich bin unsichtbar, aber nicht schlecht. Können Sie sich sehen? Nein. Können Sie mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Sitzen Sie da weg? Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt siehst du wieder. Das Ding, ne? Die kommt voran, als Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt dann nicht. Das fass ich nicht. Nehmen Sie noch mal die Krülle runter. Wieder mit? Setz dich nur auf den Mantel. Stellen Sie sich mal nicht auf der Herd. Das kann man nicht angehen. Ich habe zu viel. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Das ist mir nicht. Ja. Kommt ihr noch mal zurück? Das ist doch... Oder ist das ihrs? Das ist... Ach so. Das ist ihrs. Das ist mir nicht. Das ist mir nicht. Vielen Dank.